Servus, Fabio Wiedmer da und zwar Masus of Dirt in Wien steht wieder vor der Tür in der Wiener Stadthalle. 13. bis 15. März wird wieder echt legendär. Ich bin auch wieder dabei mit einer ziemlich geilen Showanlage. Auf jeden Fall gibt es noch Tickets, können sich euch auf Öl-Tickets und Wien-Tickets sichern. Dann kommt es vorbei und da sehen wir uns. Wird echt geil.